Ach, das ist mir egal. Gar nicht drin. Ich bin nicht mehr wie du Bernhard. Ich bin jetzt der Ferranc. Ich sehe einfach aus wie der Ballack. Ja, Bernhard. Nacht oder Tag? Mit Auto oder ohne Auto? Ich muss jetzt noch mal ein bisschen mir entgegen kommen mit den Entscheidungen. Ganz davon muss ich entscheiden. Aber wie sieht's denn da aus? Sie sieht so dick aus. Ich bin nicht Bernhard. Das ist der Entscheid. Oh, wie sieht's denn da aus? Echt? Ein vorteilhaftes Film. Oh, komm, es ist immer noch ein Baby. Jo, aber trotzdem. Bernhard, was ist denn jetzt? Nacht, Tag oder mit oder ohne Auto? Endlich muss ich jetzt da, da. Oh, du stellst dich tot, dann gibt's halt das. Ach, was ist denn das für einer Nevema? Bernhard? Ich hab dich aufgeholt. Nein, du hast aber nur aufgeholt. Bernhard, bist du aufgeholt? Ja. Ja, hallo. Hallo. Ich bin's. Warum bist du ein Kerl? Hast du keinen Bock mehr, eine Frau zu sehen, ne? Doch. Kann man da rein zoomen, dass man sich selbst nicht sieht? Doch, aber er hat eine Frage, aber dann nimm ihn. Wie gesagt, das ist ein Charakter mit einem Level und allem. Er ist plötzlich einfach ein Kerl anstatt einer Frage. Oh, das ist aber auch das Sexistisch, als würde eine Frau nicht ein bestimmtes Level erreichen können. Ja, genau. Ja, genau. Das ist es auch. Dann wird sie direkt zu einem Mann umoperiert. Was ist denn eigentlich, wenn ich da einer überfahre? Kann ich überfahren? Ach, das geht echt nicht. Bernhard, fahr schon mal los. Ich muss da erst mal den falschen Parkern kontrollieren. Ja. Da war schon einer dabei. Oh, ein kleiner Renner. Ich lasse da nichts durch, ich gehe. Oh, oh, Bernhard. Raubüberfall. Oh, oh, Bernhard. Raubüberfall. Ich muss das machen müssen. Das mehr. Weil man Radarpistole machen muss. Da muss ich noch ein Ding dran machen, da. Das ist einfach ein Taxi. Das steht hinten auf dem Nummer-Schild. Taxi. Dort versieht man es also. Oh, scheiße. Da fahr ich nie. Du fährst die Linie. Du fährst falsch. Ja. Weil es eben noch was anderes auch gezeigt hat. Ich meine, der Rotlinien hat sich aber verändert. Ja, ja, der hat sich aber verändert. Da fährst du, oder was? Ja, das war okay schon nachher so. Ja, aber da hast du das Magie jetzt, oder? Ja. Ach so. Ja, da ist natürlich auch nicht da. Es war nicht. Du bist der Grimlohn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war eigentlich schon mal. Wieso kann man das bei ESC instehen? Steht aber dabei, dass es im Multiplayer nicht wirklich geht Ja super Wenn du das machst, hab's dann... Ich bin am Tatort des Raubs angekommen Was ist denn? Was ist denn da? Das ist Raubüberfall, kein Unfall Wir hätten was geraubt Weiß nicht, müssen wir ja rausfinden Wollt nur, ist laut eh Was haben Sie gesehen? Nein, tut mir leid Ja, Officer, ich weiß sogar wer das war Hä? Hallo? Ihre Karte ist aktualisiert Die Interaktion zur Position der verdächtigen Person Wir brauchen Unterstützung Wer kann helfen? Ja Hier ist 4431, ich übernehme den Raub Wir, 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 wir bin da Einmal den Ausweis bitte Sofort stehen bleiben Natürlich, bitte schön Das ist so Das ist so Also ich hab auf sie gezielt Und jetzt? Minus 10 Und jetzt? Was machen wir jetzt mit dir? Jetzt haben wir sie gefunden, toll Die hat eine Waffe dabei Ah ja, einfach Handschellen Ja, Handschellen wie was? Ja, wenn sie eine Waffe dabei hat Bist du eine Waffe oder was? Ah ne, so eine gesuchte Person gab es glaube ich auch, oder? Ja Offener Haftbefehl? Jaja, genau, ja Jawohl, 108 Punkte beinahe, jawohl Bitte tun sie das nicht Ich brauche Verstärkungen um eine verdächtige Person festzunehmen Verstanden, wir schicken ihm sofort einen Wagen Und dann die aus der Wartekammer Ah ja, ich bin schnell so viel verlangen Ich komm mal, jetzt hab ich hier 's the Jig Goner, der sie die 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 Das war's für heute. 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 Ja. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Guckt er einfach da. Ja, Officer. Ich weiß sogar, wer das war. Aha. Wie weißt du, wer das war? Dann sah's. Ihren Ausweis, bitte. Was will man denn noch in der Suche? Man kann doch nichts machen. Ah, die Krankenwagen sind einfach in der Nanakumo. Der Ende ist voll in der anderen Sinn gefahren. Ja, dass da zwei Reiter sind. Ja, das ist ja auch. Ja, das kapier ich nicht. Also die hat gesagt, sie weiß, wer es ist, aber hat nicht gesagt, wer es ist. Ja, die Gehälte nehmen wir dazu. Ja, super. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Können Sie alleine gehen? Ja, es geht. Ich geh zum Krankenwagen. Ja, tja. Und wieder einmal ein Fall erfolgreich abgeschlossen. Ja, nein, der ist nicht fertig, oder? Ja, aber was will ich denn machen? Ich denke, als ich gesagt habe, ich weiß genau, wer es ist. Jetzt soll er kommen. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Hä? Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Hey? Ja. 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 Officer für Verkehrskontrolle angefordert. können sie das übernehmen richter eine verkehrskontrolle ein also beinahe los ist die autobahnpolizei muss los ja scheißdruck muss los die feuern mich also in die richtung wo das auto guckt verändert sich der pfeil wo man hin soll ach so da ist ich auf die minimap geguckt dann hat das auto gewalt was ist denn das jetzt ja und jetzt aufklärung einer situation ist jemand bei nachts immer das körperverletzung mehr vor der desto das wäre es nicht was man da machen muss was man da machen muss hier ist 4561 ich übernehme die körperverletzung kommt er da Einer hat kontrolliert ihn immer Ja, aber es wäre es nicht Was der da ausweist gewöhnt Sogar Bitte folgen Sie meinen Anweisungen im Rahmen einer Routinekontrolle Stimmt etwas nicht, Officer? Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte Bitte schon, Officer Das ist halt wie ein Mann, ne? Das ist halt wie ein Mann, ne? Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins Macht 75 bis 150 Dollar So viel für so eine kleine Sache? Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig Hier ist 4561 Ich übernehme den Unfall Jetzt kann es nicht umgehen, sondern auch Cayetan Das ist ein Gesammerkontrolle Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Warum habe ich jetzt Minus 5, wenn ich das Auto durchsuche? Achso, der geht? Super, geil. Bisher ein Auto. Mal gucken, wann das zweite Auto kommt. Ich weiß nicht, ob wir da alles richtig kommen haben. Doch, wieso? Fahrtschritt, wenn man doch Fahrtschritt kriegt. Wo? Weil links ist der Balke. Was ist denn da? Wenn man sie von Dogen her holt? Ich denke, die müssen dort bestimmt auf den gekennzeichneten Sachen parken. Ich übernehme die Körperverletzung. Ja, werden sie ja dann machen. Ja, das Konsum. Aber das Taxi kommt jetzt sowieso von der Leie. Ich rieche Alkohol. Aha. Ja. Muss man denn rauswinken oder fahrt er alleine drauf? Rauswinken. Ja, ich rieche. 0,04, das ist nicht zu viel, gell? Nein. Hat er noch mal geliefert? Bitte kooperieren Sie im Rahmen einer Routinekontrolle. Stimmt etwas nicht, Officer? Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgerstein. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. So, Bennett. Die Tür war okay. Wenn die 0,08 hat, das war richtig, ne? Nicht 0,08. 0,08? Da hab ich zugelassen. Wie? Warum? War 0,08 erlaubt? Bist du hin? Oder ist das illegal schon? Ja, die hat eh mehr. Oh. Also ich denke es war 0,08, ja. Ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betreuung. Ja, super. Ich krieg plus 5, weil ich sie festnehme. Und minus 5 mit der Monne. Buhh. Was? Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Also jetzt. Wir holen's ab. Die macht Mucke. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich. Er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ich hab noch einer raus... Oh. Noch einer rausgewunken. Wo ist denn der? Klavier? Der hat 0,00. Ich bin in der Ferienste, nimmt die Eckfahrt. Ah, hm. 0,07, die der Katz. Wenn's sein muss. Wenn's sein muss. Ich bin in der Ferienanstalt. Ich bin seit dann aufgetragen. Ich bin in der Ferienanstalt. 0,07, die der Katz. Ich bin in der Ferienanstalt. Wenn's sein muss. Ich bin in der Ferienanstalt. Oh, der hat Werfel dabei, ok. Ah, mir aus kann ich gehen. Oh, dann hat er ein bisschen fertig. Oh, der hat er. 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 jeune tocar. Wir müssen bei Emil. Gro screamed. Jetzt hörst du du, oh, ups, ja, egal, ist da bei dir auch einer von links drin gefahren, oder war das nur bei mir? Ja, aber wegen des Autos nennen wir das? Ja, ja. Na. Oh, mal schnell, das Taxi vorhin, ja. Oh, 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 was war man da? Was war man da? Ich bin vor Ort, ich kümmere mich um den Unfall. Mal erst mal Bilder. Wien, wir sind ins Riósat, welcher der Quietsche assistiert. Den Führerschein. und wenn möglich den versicherungsschein bitte bitteschön officer diese person war viel zu schnell ich hab sie nur den zeug aus frau aussage gefragt und sie hat einfach nix gesagt ja die auch nicht den führerschein und wenn möglich den versicherungsschein bitte hier ihr unfallbericht ok danke officer sie dürfen fahren schönen tag noch und fahren sie vorsichtig was ist denn mit der kann die fahre ganz hin ja also mit fahre meine ich abschleppel ein auto muss abgeschleppt werden schicken sie mir einen abschleppwagen an meine aktuelle position ein auto muss abgeschleppt werden wieso ist es jetzt plötzlich ich nehme natürlich er wird in kürze bei und jetzt pass was ist passiert ich hab gar nichts gemacht bernhard bernhard was ist deiner meinung noch passiert was ist deiner meinung noch passiert ich bin zwischen polizeiauto zerquetscht worden als ich versucht habe bin zu steil ok ok aber ich hab mir ist nicht oh hopp alter ja bernhard null xp Das ist so, als hätte man gar nicht gespielt jetzt Ja, nur Freunde können der Sitzung als Partner beitreten Nur Freund Warum bist du denn da nicht mitreden? Mach mal das Verkehrsaufkammer hoch Äh, ja, was so, dann muss ich erst raus Das bringt's ja was Scheiße, sagst du mich umgefahren, ey, was so übel Ich hab's gemacht, aber Oh ne, oh ne Was gestatt? Oh, bei der kann ich einfach Joiner, denk ich, oder was? Bei der will ich so Joiner nicht? Ich hab noch mal verzweifelt versucht Auf gerade zu sehen Ja, aber also So war da eine Pistole, tja wo macht man das? ich geh jetzt da auf die Brick ja, Richard, was ist du erlaubt, Danat? was ist du erlaubt? also, was ist denn mit der? ja, sie ist gerade ich hab gedacht, hä? wir haben einen Notfall wer ist verfügbar? ja, sieh ähm, kontrolliere ich den nicht erst mal? Scheiße, ich habe vergessen was kaputt war. Jetzt muss ich es riskieren. Ich habe sie herausgewunken, weil eines ihrer Rücklichter nicht funktioniert. Ist das ihr Ernst? Sie bekommen einen Strafzettel wegen des perfekten Rücklichts. Macht bis zu 80 Dollar. Na kommen Sie schon, so viel? Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ich bin hier. Ich bin hier. Also, Bennet, du bist nicht mehr hier. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hoffentlich kommen wir da nicht zu spät. Oh, da ist auch schon ein Unfall. Ich kümmere mich um den Unfall. Was ist er das? Alle, die stehen ja am Straßenrand. Diese Person war viel zu schnell. Mhm. Ja, wieso sind die Autos am Straßenrand? So hart lädiert. Gumm. Oh. So, Bennet, bei dir ist komm, diese Frau ist unter Alkohol-Einfluss. Wir fahren. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitteschön, Officer. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkohol-Einfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Verstanden. Wir kriegen Schuh, Schokolade. So, ich glaube, die hat doch nichts. Okay. Hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Ja, mit der ist alles in Ordnung. Oh. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ja, das Auto qualmt du auch. Geht das doch dazu? Wir kriegen Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Also, warum hat man die Anschel? Achso. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden. Hier wird in Kürze bei Ihnen sein. Okay, Ben, was ist das denn? Okay, Ben, was ist das denn? Okay, Ben, was ist das denn? Ja, also nachts, eh, da ist überhaupt nichts los. Die Nachtmissionen sind nix. Aber ich denke, da wird auf das, äh, Raubüberfall gemacht, hm? Da ist... So, wo ist nur eine gute Stellung mit der Radar-Pistole? Wäre nix. Gar nix. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich war heute nicht... Halt! Wir sind nochmal zurück. Wir müssen alle warten, weil die Sirene ist. Ja, die haben wir gebraucht, die Zettel. Ich bin am Tatort der Körperverletzung angekommen. Ich weiß, ich weiß, dass es eine Frau war. Ich weiß, dass es eine Frau war. Oh. Dann hat die Zoe Green war aus. Das klingt wütend. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich weiß, dass es eine Frau war. Ich weiß, dass es eine Frau war. Ich weiß, dass es eine Frau war. Das war nicht ich, oder? Oder doch? Ich weiß, dass es eine Frau war. Ich weiß, dass es eine Frau war. Ich weiß, dass es eine Frau war. Ich weiß, dass er nicht mehr so war. Sie lebt. Sie lebt. Sie lebt. Ich lebt. Ich lebt. Die Frau war. Sie lebt. Sie lebt. Sie lebt. Sie lebt. Sie lebt. Sie lebt. Der Eck. Wie mache ich denn das nochmal hin? So offener auf Befehle, ne? Ja lass dich nicht inlullen, die wird wieder so, jo nix gemacht, muss ich jetzt einmal hart bleiben. Verstanden, wir schicken ihnen sofort einen Wagen. So offener auf Befehle. Wenn es sein muss. Ich habe sie angehalten, weil ihr Kennzeichen abgelaufen ist. Abgelaufen? Ernsthaft? Ich stelle ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. Sie vermiesen mir den Tag. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Wenn ich den Netz hatte Alkoholtechnal, das gibt es für ein wenig das tun. Wer ist verfügbar? Na? Na? Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Dann hat mir von Rückwärts. Dann hat mir von Rückwärts. Ja, ich hab keine Zeit zu wenden, wir müssen schnell dort hin. Das war ein Trick, du kennst das, wie beim Fingerskateboard mit dem Auto. Ja, witzigerweise ist das, wenn du fast nicht... Alter! Ich bin vor Ort, ich kümmere mich um den Unfall. Mal leiden Auspuff. Du hättest mir ein Bild machen. Einfach gucken wir hier, leiden Auspuff, ach so. Ich rede mit der Frau aber. Oh, da leiden sogar durch... Drei! Die hat gebremst, weil da Leute drüber sind und der ist recht nicht rufgefahren, da wissen wir schon wer schuld ist. Hattest du das gesagt, oder? Nur das... Ich hab vergessen zu blinken, das tut mir leid. Ja, aber wie lange bin ich denn schon dabei? Pff, ne, wisch, eh, ne. Ich hab mein früherer Leib als Frau schon... ...als Polizist geschafft. Und dann bin ich nicht drauf und schon mal gucken, der hat bestimmt auch ständig einer gebächert. ...den Führerschein und wenn möglich... ...und wenn möglich... ...und dann hat der... ...nö, kann ich mich hören? Bitteschön, Officer. Oh, komm, dann geb ich's dir direkt. Oh! Oh! Gut, aber ein Arzt sollte einen Blick auf Sie werfen. Können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Oh, 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 oh! Ja, ich bin gelaufen. Ich mach dir erst direkt noch bissl was ab. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Warum ist das so teuer? Das klingt wirklich wütend. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Aha. Das Känzer ist es auch abgelaufen. Ach, die Scheiße. Was ist passiert? Hören Sie nicht? Ich hab Schmerzen. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Känzerwagens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kommen. Können Sie alleine gehen? Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja, das geht. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag machen. Was ist denn mit dem? Ja, da kommen wir immer nur zwei kranken, aber gleichzeitig. Doch, doch eigentlich schon. Kann die fahren? Oder ist das Auto untauglich? Okay, dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Hm. Mein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Ist der Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ich kann aufstehen. Ich komme mit. Ich gehe jetzt damit tatsächlich, was du fühlst. Wie viele docken? Drei drin? Ja, alle drei. Da brauchen wir doch noch einer. Vorhin sind mehrere, komm. Ich musste Sie herauswinken, weil Ihr eines Rücklicht nicht funktioniert. Was? Sie bekommen einen Strafzettel wegen eines defekten Rücklichts. Macht bis zu 80 Dollar. So viel für so eine kleine Sache? Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Warum ist das so teuer? Ja, was machst du denn mit dem? Dann habe ich rausgebunkert, dann sage ich, war ich nicht kaputt. Alter, das ist Sau. Also. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Ihre Karte hat jetzt neue Informationen zum Aufenthalteilen der vernächtigen Person. Alter, Bernhard. Sie wissen nicht, wie er aussieht, aber wir wissen, was er auch hat. Gelbe Haare. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tafel. Nein. Buhhh Sind wir da? Vielleicht irgendwo drauf? Mhh Kann man nicht genug? Aber ich glaube wir sind trotzdem da Ja, da hätte ich mal gucken Ah doch, da kann man sogar noch Der hat einen gelben hohen asiatisch-grauen Anzug Und als Hose hat er einen schwarzen Anzug an Wenn er denkt daran, was er sieht Dann muss ich nichts auf eigene Faust machen Dann muss ich mich zuerst rufen Scheiße Der sieht interessanter aus Das könnte er sein Das könnte er sein Also gelbe Hose sind das nicht Die Treppe runter Oh, der haut ab, was ist denn? Ich hab nichts gemacht Halt, Polizei Ditten, ditten Minus 20 CP Der ist dir, der ist mir zu gefährlich Sind das Gelfer Rohr, hallo? Ja, guck mal ob er Cooper Jack heißt Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte Ja, das ist er Ja, das ist er Ist halt Schwachsinn Der haut ab Ich schieße mit dem Taser auf den Green Dann minus 20 Punkte Das ist halt echt stark Hätte ich mir zuerst mal auf eine Ziele und eine Wanne, oder was? Ja, also das Aufnütze Ziele reicht schon von Minus zu Green Gas Unterstützung angefordert Ist ein Officer verfügbar? Das war's für heute. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa 25 Dollar. Warum ist das so teuer? Alles gut. Einen schönen Tag noch. Scheiße, jetzt kann ich mal verändern. Das sind 1000 Punkte. Ja, der ist einfach arg. Ja, da muss ich vorausschauen und fahre. Ich habe übrigens gar kein Minimap mehr. Gar kein was? Minimap. Links unten? Achso, wenn man aussteht, dann hat man Kenny. Vielleicht hat man ja nur als Fahrer. Ich habe ja eine verletzte Person. Ach ja, ich auch nicht. Ich bin ja ein alter Mauder. Was haben Sie gesehen? Nein, ich bin wie Sie gerade erst angekommen. Gerade wie Sie erst gegangen? Ja, was sind denn? Wie ist das? Es gibt doch nur den, oder? Gibt es nur Rinner? Das war der letzte Zeug. Die Beschreibung der Person reicht nicht aus und der Quest ist weg. Okay. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Das war mir zu langsam. Hier, bitte. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ja, ich kann aufstehen. Ich komme mit. Hm? Was denn? Ich hätte von Dovi gesagt, ja, ich kann aufstehen. Ja, das war denn der, wo wir einfach abholen lassen. Oh, der hat abgelaufen. Ich kenne das erste Katten. Scheiße, der hat getönte Scheibe. Der hat doch... Oh, der hat einfach weggefahren. So, erlaubt. 35 ist er, glaube ich. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Was ist denn? Der mit dem Wettstorch gebrettert. Das ist okay. Okay. Ja, ich binWSZE. Undtw Das war's für heute. Boah, der war so schnell. Es gibt einen Stabzettel für das Werkwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. Ach komm, Sie schon so viel? Ach so, Bennad, in der Schicht hab ich Anna erwischt. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ja, du hast dich aber durch andere Sachen ablenken lassen, muss man sagen. Ja. Ihre Schicht ist um, Officer. Die Schicht ist vorbei. Das war von etwa nix. Vorsichtig mit dem Auto, das... Das ist ein Schiss. Ja. Das dampft leicht und... Ich weiß ja, wo ist denn der Hausgang? Boah, da ist der Scheibe einfach kaputt. Boah, boah, bei dem? Ja. Oder? Sieht man so aus. Ja. Der hat defekte Scheidenwerfer. Ja. Tschüss. Ja. Ich brauche Geld. Der bekämpft auch nix mehr. Ah ja, deshalb. Ja. Ja. Ich brauche. Ich brauche. Ja. Kannst du mich leveln? Ich hab keine Ahnung warum, ich hab das Spiel nie alleine gestartet. Vielleicht ist das durch den Charakterwechsel von dir entstanden, weil du wolltest ja unbedingt den Mann sehen. Ich wollte auf keinen Fall den Mann sehen. Ich auch nicht. Ich schon, ich bin nämlich ein Mann. So, hopp. Er fahrt uns nichts. Ich bin nämlich ein Mann. 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 Wirklich? Wirklich? Er braucht Geld. Er scheint wirklich traurig zu sein. Jetzt ist mir noch der Ausweis. Ja komm! Warum minus fünf, wenn ich nur den Ausweis frau? Vielleicht ist es irgendwie kein Grund, wenn einer Müll auf der Bote wirft, der Ausweis zu verlangen. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Wirklich? 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 Wiu 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 Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu 25 Dollar. Warum ist das so teuer? Die Amphor. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Dann wieder Geeser und Deutsch fahren hier auf. Jetzt habe ich wieder meine Müllmöp. Alter, da ist die Polizei drin gefahren. Oh, der lenkt auf ein Polizeiauto mit Sirene. Ja. Verklickert. Wenn es wichtig ist, die Verkehrskontrolle zu machen. Hä? Würde ich lieber den Raubüberfall machen, oder? Jetzt sind wir da. Wir können nicht alles machen. Was ist denn mit Ämter? Ich bin eine Frage. Ich bin mit Ämter. Ich bin ein. Ich bin mit Ämter. Und ich bin,出來 kann das nicht sch prevalen, oder? Ich bin mit Ölgeknot. Die Ämter test. Ich bin mit Ämter. Das ist die Ämter. Ich musste Sie herauswinken, weil Sie nicht geblinkt haben. Oh, echt? Gar nicht gemerkt. Tut mir leid. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des unterlassenen Blinkens. 60 bis 150 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Routinekontrolle. Bitte kooperieren Sie. Wie kann ich helfen, Officer? Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgerstein. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Oh, scheiße, Bennet, den mischt ich mir von der Straße runter. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Wenn ich gerade das jetzt gehe, dann ist die Straße dabei. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Ich bin so. Ja, da habe ich schon nach dem Kuh wahrscheinlich rausgewunken, aber der kommt mit Frage oder was. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgerstein. Ich rieche Alkohol. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Vorsichtig. Steht ja einer rein. Alles steht voll. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen im Rahmen einer Routinekonferenz. Wer hat dies ohne Alkohol-Einfluss-Gfahr? Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der Unterbodenberechtung aus. Dann direkt gefahren ist. Warum ist das so teuer? Und ich kann die Straße ewig durch den Abschlepper verstoppen lassen. Oh, ich okay. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Oh, da ist einer nachher bei gefahren. Der hat ganz schön laut im Auto geholfen. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Na, kommen Sie schon so viel? Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Na, kommen Sie schon so viel? Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Das wird der Bogen machen. Wenn er da so die, ne? Die hat zwei Stück in der Dohre. Ja. Unabohnte Beleuchtung. Abgelaufener Ausweis. Abgelaufen die Versicherung. Hm? Wo hat denn die unabohnte Beleuchtung? Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Und fahren Sie vorsichtig. Die leuchtet zwar ganz nicht, weil es nicht drin ist, aber wenn es nicht geht. Oder sie hat es jetzt ausgebaut. Aha. Sie wissen schon, dass sie mit abgelaufenem Gänseide fahren. Die besetzt werden muss. Okay. Komm. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann muss ich plötzlich nur hinfahren. Es ist klasse. Ach so, alter, 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 ja, hop, das allerschlimmste ist, als ich es gerafft habe und gebremst habe, habe ich auf die Minimap geguckt und gesehen, dass es so vorne quasi in Nimi-Grauzonen gewesen wäre. Ach so, was soll denn das? Und jetzt? Ach so, was soll denn das? Ach so, was soll denn das? Ach so, was soll denn das? Ich hab dich doch ein paar Mal schon hingeladen, oder? Ja, ich wollte aber trotzdem wissen, wie es geht. Achso, ja. Wenn du es nicht mehr spielen willst, bin ich dabei. Wenn du es nicht mehr spielen willst, bin ich dabei. Noch ohne Auto. Oh. Oh. Und? Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die 20 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Bennet? Bennet? Oh, die sind. Boah, der. Bernard. Wo bist du? Ich muss zu der Verkehrskontrolle kommen. Hallo? Bernard. Ja, ich kann das nicht auch nehmen. Du hast es nicht auch nehmen. Ich habe es dir auch genommen. Ja. Und ich bin dort schon. Du nicht? Wenn ich keinen Mini mehr habe, wollen wir es aufzeichnen. Das finde ich nicht. Hallo? Ja. Scheiße. So wird nicht rausgewogen. Klingt die Leid raus. Nie, mein Mann. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Ich bin da. bitte kooperieren sie im rahmen einer routine kontrolle stimmt etwas nicht officer den führerschein und wenn möglich den versicherungen wenn er du kommst gar nicht sie ist ich habe ausweichen und gott klicke gut und warum muss er jetzt weggerinnt hallo die haut ab ja ich muss jetzt laufen oder so etwas erstes ritter laufen los bitte kooperieren sie im rahmen einer ich weiß es weil ich weggelauft bin von meiner ist abkau es hat bestimmt kokain im kofferraum gut den führerschein und wenn möglich den versicherungschein bitteschön officer schönen tag noch auf wiedersehen ein auto muss abgesteppt werden schicken sie mir einen abschleppwagen an meine aktuelle position natürlich er wird in kürze bei ihnen sein bennert wenn du arbeit brauchst da habe ich ein paar rausgewunken am sick echt? aber ich wink da auch gerade ein paar raus scheiße aber moment der zählt jetzt nicht zu der allgemeinen kontrolle aber wie gesagt ich denke die müssen auch deine park nutzen scheiße scheiße ja nicht komm du hast nichts zu tun ja nicht komm du hast nichts zu tun ach ne ja ich machs oh ich habe eine lange radarkontrolle oh was ist denn denn? bitte folgen sie meinen anweisungen im rahmen einer routinekontrolle wie kann ich helfen den führerschein und wenn möglich den versicherungsschein bitteschön officer jetzt aber da und natürlich hier jetzt Routinekontrolle, bitte kooperiert. Wie kann ich helfen, Officer? Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungschein, bitte. Bitte schön, Officer. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgerstab. Oder rennt. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. So viel Geld habe ich nicht. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag. Die rennen wir weg, aber die haben gar nichts Schlimmes bei sich. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Sir. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Neue Informationen. Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf Ihrer Karte aktualisiert. Haben wir an kein Auto. Scheiße. Ich habe Sie angehalten, weil Ihr Kennzeichen abgelaufen ist. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Danke, dass ich mich erinnere. Ich kümmere mich gar nicht. Was? Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 50 Dollar kosten. Das ist für mich die Person. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Rennen wir mal. Die würde stehen. Die habe ich alle rausgewunken. Dann hat mir das gezeigt. Ich sehe mich jetzt nach der Gesuchung. Links, da rum. Toll ist das Gebiet. Das ist da vorne. Ich glaube, ich habe es. Sondern das ist diese bei Ränze bewaffnet. Ja, Bernhard. Haltet Heser bereit. Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. Ja, das ist sie. Ich muss sie festnehmen. Gut, lasst sie sich aber alle. Ich fange von mir aus. Bitte, Officer. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Warte mal, Bernhard. Ich muss kurz die Bernadette nehmen. Ich muss kurz wieder auf Rattenях chi rain. Warte mal, знab. Ich muss, wenn man tun kann, ich lasse mich gehört, wenn ich den Wagen habe, wenn man dasin hat, dann soll ich gut ungefähr contenmäßig haben. Also, ich bin Batman. Ich würde da schicken, die, für uns keen sind. Ich will da nach�ive Be enjoyed. Es gebe weit jeden Minuten Alejandro. Es braucht eine Zравung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Officer für Verkehrskontrolle angefordert. Können Sie das übernehmen? ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Hier ist 4561, ich übernehme den Unfall Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist 4562, ich suche nach der verdächtigen Person Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss, können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss, wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss Sie brauchen Sie brauchen zu lange, wir senden eine andere Einheit Untertitelung des ZDF, 2020 Ihre Schicht ist um, Officer. Ich habe sie angehalten, weil getönte Fensterscheiben in Franklin verboten sind. Ich glaube nicht, dass das verboten ist. Sie bekommen einen Strafzettel wegen der getönten Scheiben. Macht bis zu 250 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungschein, bitte. Bitteschön, Officer. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Das ist ein Strafzettel. Ich muss Sie festnehmen, wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Absteppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ich bin Wagen. Ich bin Wagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu 25 Dollar. Warum ist das so teuer? Alles gut. Einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe Sie angehalten, weil Ihr Kennzeichen abgelaufen ist. Das passiert doch jedemal. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens auf. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitteschön, Officer. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Verlassen Sie bitte. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Ich habe Sie angehalten. Weil Sie Schlangenlinien gefahren sind. Nein, Sie irren sich. Beheirat bin ich wieder. Den Führerschein und... Die Torwart gedenkt, wenn er das hat was. Bitte schön, Officer. Da habe ich sie mit sie bobble, während sie Bilder von ihrer Scheiße machten. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Wirken. Haben wieder fleißig Pumpli gesammelt. Ich habe mich mal so unterschreibt, okay? Warte auf, mein Partner. Die Schicht endet in 25 Sekunden. Es gibt doch Punkte, egal wie lang es geht. Echt? Ich muss sie festnehmen, wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Scheiße. Da bin die Leistung, Bro. Ja, Digga. Tätig aus, ja. Machen wir jetzt durchscht mal die Haken aus, oder was? Wenn wir machen... Ich bin halt genug. Ich muss wissen, was da keinen Spaß macht. Ich bin halt genug.